Geil, ich habe gerade erfahren, dass ich morgen nicht arbeiten muss. Das heißt, ich habe jetzt schon ein vorzeitiges Wochenende und ja, der passt soweit. Und warum nicht einfach spontan mal die Sachen packen und eine Bikepicking-Tour machen? Das heißt, ich muss jetzt noch eine Tourplan, Sachen packen und dann geht's los. Ein ordentliches Frühstück darf natürlich nicht fehlen und dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Die Route, die ich für zwei Tage geplant habe, sind 167 Kilometer mit knappen 1800 Höhenmetern. Starten werde ich in Gelnhausen, vorbei geht es an Echtzell und dann weiter nach Münzenberg. Dort gibt es wohl auch eine wunderschöne Burg zu sehen. In dieser Ecke war ich auch noch gar nicht unterwegs und bin sehr gespannt. Ich habe auch die eine oder andere Burg geplant und zum Beispiel in Laubach gibt es auch ein tolles Schloss zu sehen. Bin ich schon sehr gespannt, ob ich das am ersten Tag noch erreichen werde. Am zweiten Tag komme ich dann hoffentlich am Nidda Stausee vorbei und ja, danach geht es auch schon wieder Richtung Heimat. Ich würde sagen, lasst uns die Reise beginnen. Ja, ich wollte gerade Helm aufsetzen. Fahrrad ist ja super gepackt. Fällt euch irgendwas auf? Jetzt konnte es endlich losgehen und Leute, ich kann euch gar nicht sagen, was das jedes Mal für ein tolles Gefühl ist. Wenn ich mit meinem bepackten Rad da rausgehe. Immer wieder habe ich dieses fette Grinsen im Gesicht, weil ich weiß, ich muss mich um nichts kümmern, außer um mein Fahrrad und um mich selbst. Es fängt schon langsam an, heiß zu werden und das irgendwie um halb zehn. Ja, aber im Wald ist angenehm. Ich hoffe übrigens, dass diese Feldstangen da hinten halten. Ja, sonst habe ich die ja hier immer an der Fronttasche, aber das letzte Mal beim Mountainbike hat mich das ein bisschen genervt und deswegen ist die jetzt mal da hinten dran und hoffen, dass sie hält. So, jetzt nehmen wir hier diese kleine Umleitung oder Umweg am Trail mit, weil hier gibt es eine Aussicht auf die Rundeburg. Auf jeden Fall ein perfektes Plätzchen, um mal was zu snacken. Ich sollte an meinem Garmin definitiv die Essensbenachrichtigung auch mal anmachen. Mit der Trinkbenachrichtigung funktioniert wirklich gut, aber Essen, daran muss ich noch ein bisschen arbeiten. An dieser Stelle kommt jetzt auch Werbung. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich schon das dritte Video in Folge mit Werbung. Warum? Wieso? Ganz einfach. Momentan bekomme ich nur coole Kooperationspartner. Normalerweise ist 90% für die Tonne. Im Moment läuft es richtig. Und ja, und zwar geht es hier um diese Sportkopfhörer von Schox. Ich habe das Modell Open Run Pro, natürlich Bluetooth und funktioniert hier mit diesem Knochenschalltechnologie und für den Sport 1A. Ich habe es nicht nur beim Joggen an, sondern wenn ich hier mal eine Bikepacking-Tour mache, aber auch auf der Arbeit. Ich habe letztens irgendwie acht Stunden die Dinge aufgehabt und man spürt sie halt überhaupt nicht. Auf der Arbeit finde ich das auch ganz cool, weil ich muss halt die Umgebung mitkriegen, weil immer mal jemand kommt und was von mir will. Wenn ihr jetzt denkt, ja mit Helm und Brille, da merkt man das doch bestimmt irgendwann. Nee, also ich war letztens irgendwie sechs Stunden mit dem Rad unterwegs, hatte die die ganze Zeit aufgehabt und selbst mit hier kompletter Ausrüstung habe ich die nicht gespürt. Und ich bekomme halt immer die Umgebung mit, was ich immer sehr gerne mag beim Sport, auch beim Joggen oder so. Ich mag das nicht, wenn man so abgekapselt ist. Und sie sind halt auch einfach mega sicher. Also wenn ich jetzt mit 40 kmh den Berg runterfahre und Fahrtwind kommt, habe ich keine Sorge, dass die irgendwie rausfallen. Weil hier so in, wo ist mein Ohrloch hier, diese In-Ear-Dinger, da habe ich immer so ein bisschen Angst. Und denke mir so, hoffentlich fallen die teuren Dinger jetzt nicht auf den Boden. Ich packe euch mal unten den Link in die Videobeschreibung. Vielleicht ist auch der eine oder andere Rabatt dabei. Und ja, ich snack was und dann geht's weiter. Normalerweise versuche ich hier immer so Landstraßen zu vermeiden. Aber hier, Bombe, fahren keine Autos, bester Asphalt, schön. Übrigens, was mir zu den Kopfhörern noch einfällt, ihr dürft jetzt von denen kein Soundwunder erleben. Also die sind jetzt nicht dafür gedacht, um irgendwelche Filme zu schauen im Flugzeug. Der Sound ist gut. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn ihr irgendwie ein Radio anhabt. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Bei der Hitze waren die Berge besonders anstrengend. Aber wie das im Leben so ist, es gibt Höhen und Tiefen. Und so ist das auch beim Radfahren. Der Fahrtwind, der ist geil, ey. Ich sag's euch. 48 Stunden. Habe ich gerade entdeckt. Hat irgendwas. Muss ich mal ein Bild machen. Übrigens, ähm, die Zeltstangen scheint zu halten. Ich habe hier nochmal so ein Re-Strap, also so ein Strap halt, hier dran gemacht, falls es irgendwie rausfällt. Aber, aber, ist anscheinend bombenfest sogar. Sehr gut. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie verpasst habe. Umleitung für Radfahrende. Ähm, aber ich komme hier raus. Muss jetzt nur... Wo fahr ich denn jetzt eigentlich weiter? Die Straße ist halt einfach nicht da. Da ist auch kein Radweg irgendwo. Ach, die sind ja lustig. Radfahrer brauchen auch eine Umleitung. Vor allen Dingen die, die ein Garmin haben und automatisches Umladen nicht von alleine funktioniert. Jo, dann fahren wir hier mal parallel. Klingt gut, oder? Jetzt kommt ein Fahrradschild verboten. Ey, jo. Ach, ich raste aus. Von der einen in die nächste Baustelle. Ich glaube, ich habe es raus geschafft. Ich muss jetzt hier geradeaus. Dann komme ich wieder auf die, auf die Route und dann hoffe ich, dass die Baustelle hinter mir liegt. Kaum hatte ich es aus der Baustelle geschafft, war auch schon wieder das nächste Chaos da. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich bin zeitlang mal einfach so beim Bikepacken vom Rad gefahren. Warum auch nicht. Das ging nochmal gut. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur, ich habe getrunken, wollte meine Flasche da unten rein tun und ich glaube, dass ich mein Bein so ein bisschen nach außen gemacht habe. In dem Moment hat sich mein Schuh ausgeklickt. Dann habe ich irgendwie schon das Gleichgewicht verloren. Mein Lenker ist vorne rumgekippt, weil halt eben auch Gewicht dran ist. Ja, und dann konnte ich mich gerade noch so retten. So schnell kann es gehen. Ich denke mal, dass der letzte Anstieg und die Hitze mich ziemlich fertig gemacht haben und ich nicht ganz so konzentriert bei der Sache war. Oh, was ist hier? 11% Gefälle? Na dann, Gummi. Grüß der Gang. Und Bremsen parat halten. Juhu, geil. Das rollt. Ich bin eigentlich nur 33 Kilometer von zu Hause entfernt und gefühlt war ich hier noch nie. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich fahre einfach nur diesen Gerät in der Erde. Stammheimer Schloss. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. So, Friedhof. Gucken wir mal, ob es hier Wasser gibt. Hat jetzt nichts gestanden, dass das kein Trinkwasser ist. Hoffen wir mal, dass das passt. Schmecken tut es auf jeden Fall schon mal. Normal. Das ist gut. Sag mal, wo ist denn hier immer? Ich habe hier noch nicht. Ich habe hier noch mal. Weißt du, letztens habe ich in die andere Richtung geschüttelt und dann war diese Aufrissdinge da oben. Irgendwie gibt es manche Päckchen, die sind richtig rum, also so mit der Schrift in die richtige Richtung und manche sind falsch. Luxusproblem. Ansonsten geht es mir gut. Aber man muss ja auf so einer Tour auch mal was zu meckern haben. Bisher alles ohne Probleme, nur dass ich einmal auf die Schnauze geflogen bin. Ja, na gut. Das ist ja voll schön hier. Ich kann hier Tiere beobachten. Ja, geil. Hier sind nämlich auch irgendwelche Gänse oder sowas. Ich kann es nicht so gut erkennen. Irgendwas Fliegendes. Hallo, Mokus. Die gucken mich alle an. Ja, wahrscheinlich wollen sie einfach nur Fressen haben vor mir. Apropos Essen. Man soll ja hier Snacks immer parat haben. Übrigens habe ich eine Tasse dabei. Ich weiß nicht für was, weil ich habe weder Teebeutel noch Kaffee am Start. Aber ich habe eine Tasse dabei, falls ich unterwegs mein Trinken aus einer Tasse trinken will. Also, warum nicht? Ganz vornehmen einfach. So. Tasse wieder rein. Guck, alles hier, so Sachen, die mache ich alles während der Fahrt. Ich bin noch nie, es war noch nie irgendwie brenzlisch gewesen oder bin runtergefahren. Und dann vorhin will ich einfach nur was trinken. So ist das Leben hart und ungerecht. Diese Gummibärchen. Kann man einfach während der Fahrt mega gut schmecken, ohne sich zu verschlucken. Und sollte ich vielleicht generell den ganzen Tag essen. Weil ich ja immer denke, wenn ich esse, dass ich noch irgendwas anderes machen muss. Am besten noch, wenn ich Nüsse esse oder so. Da kann man sich nicht die Zeit nehmen. Nee, ich fuchtel mit irgendwas anderem noch rum. Oder bück mich währenddessen noch. Und dann wundere ich mich, dass ich mich geschluckt habe. Das ist jetzt übrigens so ein Abschnitt, wo ich mir die Musik anmache. Und dann, ja, irgendwie so mich treiben lasse. Weil hier passiert jetzt nicht so viel. Man kann weit schauen und so. Aber es ist jetzt, ja, es ist cool auf jeden Fall. Versteht mich nicht falsch. Aber halt ein bisschen eintönig. Und da finde ich das mit Musik, da macht es so Bock, hier lang zu ballern. Könnt jetzt hier noch so zwei Stunden weiterfahren. Also gefühlt bin ich hier irgendwie im Flachland gelandet. Schaut mal, alles irgendwie flach. Da ein bisschen, ne? Vielleicht komme ich da jetzt irgendwo wieder in den Wald rein. Weil hier ballert die Sonne auf jeden Fall ganz schön ohne Schatten. Jedenfalls habe ich keinen Gegenwind. Was ja bei flachen Fahrten immer so ein bisschen nervt. Also läuft bisher ganz gut. Ich glaube, ich nehme das wieder zurück vorhin mit den, ich könnte jetzt noch so zwei Stunden weiterfahren. Die Sonne, die knallt ganz schön. Und jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin gerade so froh, Musik zu haben. Ist gerade ein bisschen hart. Und ich muss auch pinkeln, aber es ist nirgendwo, irgendwo, wo ich mich verstecken kann. Während der Tour dachte ich mir so, es war gar nicht so die schlauste Idee gewesen, eine Route zu planen, bei der ich viel im Offenen unterwegs bin. Im Wald hätte ich definitiv mehr Schutz vor der Sonne gehabt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war gar nicht so schlecht gewesen, weil dadurch konnte ich in den Ortschaften ständig mein Wasser nachfüllen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der mit Bikepacking-Touren anfängt. Plant eure Routen durch viele Ortschaften, so könnt ihr immer am Essen und Trinken rankommen und im Notfall auch mit dem Zug wieder zurückfahren, falls ihr euch überschätzt habt. Ich muss jetzt wirklich mal pinkeln. Ich kann doch nicht hier mitten am Radweg an die Seite meinen Arsch rausstrecken. Es kann doch nicht sein, dass man hier nirgendwo pinkeln kann. Das ist doch auch alles. Das ist auch nichts. Auf der Karte hat es schon gesehen, dass hier ein See ist. Aber da war ja die ganze Zeit irgendwelches Gestrüpp davor. Kann ich jetzt hier mal pipi? Ist mir jetzt egal, ich mach mir echt klein die Hose. Aber wenn es schön aus ist beim Pinkeln, hat ja auch was. Scheiße, ich will stimmen. Ich hab's geschafft. Ich hab die Hose gerade hochgezogen und dann kam mir mal vorbei gelaufen. Ich bin etwas gestärkt. Heiß ist es immer noch. Und ich hab keine Ahnung, was hier mit der Rotenplanung passiert ist. Ich wusste nicht, dass ich so einen Feldweg da mit eingeplant habe. Puh, endlich kommt mal wieder in Anstieg. Wobei es noch gar nicht so schlimm aussieht. Mal schauen, was kommt. Trinken, 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 ja. Dreieinhalb, nee, 3,3 Flaschen hätte ich bisher jetzt trinken müssen. Also drei solche Flaschen. Das kommt auch ungefähr hin. Und die Sonne ist gerade mal 5 Sekunden weg. Hey, was freu ich mich. Puh, naja, da ist sie, da ist sie, da ist sie schon wieder. Mittlerweile liegen 60 Kilometer hinter mir und der Weg bis zur Burg Münzenberg ist nicht mehr weit. Ich stehe hier zwar mitten in der prallen Sonne, es ist mega heiß, aber hier ist eine schöne Burg. Also was will man mehr? Von weitem sah die Burg ja schon mal sehr überwältigend aus und je näher ich gekommen bin, desto gespannter war ich. Ich wollte unbedingt wissen, wie die Burg von innen aussieht. Und damit ihr jetzt auch noch ein bisschen Spannung habt, dann, ihr könntest auch schon denken, wird es erst im nächsten Video weitergehen und dann seht ihr die Burg von innen. Und ich kann euch sagen, es wird sich lohnen, einzuschalten. Bis dahin, schwingt euch aufs Bike und travel and ride. Bye, bye. Auf jeden Fall ein perfektes Plätzchen, um die Linse mal sauber zu machen. Also im Normalfall bin ich eine ganz Liebe. Und wenn ich irgendwas sage, was irgendwie komisch ist, dann ist es meistens Ironie.